Das ist Fiona, das ist Dom, die beiden sind ein Paar, privat, wie auf dem Parkett, bis ihr Leben eines Tages etwas aus dem Takt gerät. Hast du mich erschreckt? Ich hab sie schon einmal gesehen. Du bist mein Mann. Willst du Kaffee? Also ein Kaffee. Ah, guten Tag. Guten Tag. Passen Sie auf ihn auf. Passen Sie auf sie auf. No, 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 I can do it. Alles klar? Ja. Achtung, jetzt du? Ja. Bereit? Ja. Und erst viele kleine und jede Menge großer Katastrophen später, wird klar, die beiden sind füreinander bestimmt. Der Publikumsliebling, der Filmfestspiele kann. Rumba. Ja. Trying to do it. Schwick. Jim. Ja. Ja. Yang Lars. Der Filmfist zu. Der Filmfist. Vielen Dank.